Ich erwarte, dass endlich mal die Radiomacher genauso im Mittelpunkt stehen, wie wir beim Fernsehen. Darüber freue ich mich sehr. Und sind Sie für Fernsehen oder eher für Radio? Na gut, also ich arbeite ja jetzt beim Fernsehen, da kann ich meinen eigenen Leuten nicht in den Rücken fallen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Herz immer noch sehr für Radio schlägt, weil ich ja sechs Jahre lang auch beim Radio moderiert habe, bevor ich beim Fernsehen angefangen habe. Und es ist auch erst seit neuster Zeit so, dass meine Fernsehzeit quasi länger ist. Also ich bin jetzt etwas länger beim Fernsehen, als ich vorher beim Radio war. Letztes Jahr war es noch Pari-Pari. Und schauen Sie zu Hause mehr Fernsehen oder hören Sie mehr Radio? Zu Hause schaue ich ganz selten Fernsehen, wirklich sehr selten. Höchstens mal Nachrichten-Informationssendungen, weil ich meistens ja abends arbeite und so diesen typischen Viertel-nach-Acht-Film dann immer nicht sehen kann, weil ich dann in der Redaktion bin. Deswegen höre ich, glaube ich, tatsächlich mehr Radio, als dass ich Fernsehen gucke. Viel Spaß heute Abend. Dankeschön.